Hallo, ich bin der Heiko Giegler und habe mich für die EM in Budapest 2021 qualifiziert. Ich habe mit fünf Jahren zum Schwimmen angefangen. Also ich bin ganz normal in den Kindergarten-Schwimkurs gegangen und habe nachher mit sechs das Vereinsleben begonnen. Ich bin Graulschwimmer, ich schwimme 50 und 100 Freistil. Bin aber von den Lagen gekommen, also bin 200 Lagen geschwommen, 100 Lagen. Schwimmen hat immer schon mehr für mich bedeutet und ja, wo es dann angefangen hat, interessant zu werden, wo die internationalen Wettkämpfe angefangen haben, da hat man richtig gemerkt, dass mehr dahintersteckt. Mein erster großer Erfolg, da gibt es viele, also prinzipiell hätte ich gesagt, der erste Staatsmeistertitel. Der war 2014 im Dezember, das war so mein größter Erfolg. Ich hoffe, dass ich in das ein oder andere Semifinale schwimme und auf jeden Fall meine Bestzeiten verbessern kann. Mein Motto lautet Keep on Rolling, immer weitermachen, egal durch welche Phase man geht. Bis zum nächsten Mal.